WarCraft.com WarCraft.com Let's Okay Gut, ich spiele Headhunter Und Ja, schauen wir mal später vielleicht noch Opa Dogs Arbeit abgeschlossen Arbeit abgeschlossen Raider ist mir die Map hier ein bisschen groß Da kann ich die Gegner sowieso nicht allzu gut harassen gehen Und somit Spiele ich was, womit man ganz gut Creepen kann Und da eignet sich Natürlich, Headhunter und TC sehr gut Was ihr wollen Hm? Übergang Bereit zur Arbeit So Ja Einer geht gleich noch ans Holz Arbeit abgeschlossen Bereit zur Arbeit Arbeit abgeschlossen Und jetzt kann ich auch den ersten Headhunter in Auftrag geben Ich hab das Kriegsbeil Verlangt ihr von mir Ja Alles klar Shop bauen wir einfach mal hier unten hin Bereit zur Arbeit Meine Basis ist eigentlich recht weit abgelegen Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier attackiert werde Ich bin bereit Arbeit abgeschlossen Wie lautet euer Befehl? Ich bin bereit Wen soll ich töten? Was verlangt ihr von mir? Rache für Suljin Was soll ich tun? Euer Befehl Wie lautet euer Befehl? Mantel der Intelligenz Ein exzellenter Plan Rache für Suljin Arbeit abgeschlossen Arbeit, Arbeit Das kann ich Wir brauchen mehr Gold Alles klar Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl Rache für Suljin Was verlangt ihr von mir? Oh, da ist aber ganz schön was hier Wir brauchen mehr Gold Unsere verbündete Stadt wird angegriffen Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Rache für Suljin Was verlangt ihr von mir? Unsere verbrauchte Stadt Für andere Gräufe Wien lautet euer Befehl Wo soll ich denn hin? Euer Befehl Ja, Häuptling Was soll ich tun? Arbeit abgeschlossen Ja Wie lautet euer Befehl? Fertig So, und die haben wir erstmal ein bisschen verscheucht Ich bin bereit Wen soll ich töten? Euer Befehl Ein exzellenter Plan Rache für Suljin Was verlangt ihr von mir? Ja, Häuptling Für meine Vorfahren Was? Ich bin bereit Euer Befehl Wo soll ich denn hin? Was verlangt ihr von mir? Für meine Vorfahren Möge die Ehre mich leiten Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl Flache für Suljin Wie lautet euer Befehl? Ein exzellenter Plan Was ihr wollt? So, Minas frei Obergang Oberg, Oberg Wir brauchen mehr Gold Wir werden angekündigt Was verlangt ihr von mir? Ich bin bereit Wen soll ich töten? Na, Mann Was immer ihr wollt Wie lautet euer Befehl? Was soll ich tun? Was? Euer Befehl Was verlangt ihr von mir? Also ich wahrscheinlich schon Schreiter geholt Ich bin bereit Was ihr wollen Obergang Was verlangt ihr von mir? Ich bin bereit Fertig Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl Fertig Für meine Vorfahren Ein exzellenter Plan Unsere verbündete Stadt wird angegriffen Sagen wir da Wie noch nur ein Dark Ranger Ausbau Ausbau abgeschlossen Was verlangt ihr von mir? Mache für Sulting Ja, Häuptling Für meine Vorfahren Wo soll ich denn hin? Ja Wo soll ich denn hin? Was immer ihr wollt Ich bin Ja, Häuptling Oh ne, echt jetzt Mach fertig das Ding Was soll ich tun? Jetzt geht's euch an Komfort Wir brauchen mehr Arbeit abgeschlossen Was verlangt ihr von mir? So, genau rechtzeitig Ich habe geschlossen Alles klar Euer Befehl Ich bin bereit Euer Befehl Fertig Wie lautet euer Befehl? Ein exzellenter Plan Was verlangt ihr von mir? Das Gold brauche ich gleich dringend Erstmal Come on Arbeit abgeschlossen Ich bin bereit Hier noch schnell Hier noch schnell den grünen Krieb Wie lautet euer Befehl? Ich bin bereit Bereit zur Arbeit Was verlangt ihr von mir? Oh, ein Ring des Schutzes Oh, mein Schuss Hier sieht schon nicht schlecht aus Arbeit abgeschlossen Ich bin bereit Fertig Ein exzellenter Plan Ja Aufruhr abgeschlossen Bereit zur Arbeit Was verlangt ihr von mir? Für meine Vorfahren Wir werden angegriffen Wer ist mein nächstes Opfer? Wer ist mein nächstes Opfer? Wen töte ich zuerst? Wir werden angegriffen Was? Ich bin bereit Unsere verbündete Stadt wird angegriffen Benutzt meine Macht Arbeit abgeschlossen Was war mit ihr von mir? Fertig Forschung abgeschlossen Muss was getan werden? Das kann ich Übergang Das ist das lautet euer Befehl Die lautet euer Befehl Wie lautet euer Befehl? Das inventar ist ein Ich bin bereit Ich bin bereit Ein exzellenter Plan Fühlt meine Klinge Was verlangt ihr von mir? Für meine Vorfahren für so ein befehl ihr könnt nicht zuerst den soll ich denn noch so eine macht wie lautet euer befehl wo verstecken sich die feinde schneller ich bin bereit was soll ich tun wer ist mein nächstes opfer hat jemand den anrufen führt meine klinge wen soll ich töten euer befehl führt meine klinge was verlangt ihr von mir was verlangt ihr von mir das sieht doch schon alles ganz gut aus euer befehl wer ist mein nächstes opfer wer ist mein nächstes opfer ich höre den ruf wie lautet euer befehl wonach steht euch der sinn bin bereit ja häuptling hat jemand den anrufen wo verstecken sich die feinde wo soll ich hin was verlangt ihr von mir zuerst euer befehl für meine vorfahren wie kann ich dienlich sein was wir wollen was wir wollen aber es lautet euer befehl so hat irgendwer gemacht fertig ihr braucht meine hilfe das ist der gute arbeit abgeschlossen ich bin bereit wer ist mein nächstes opfer was soll ich tun führt meine klinge ich höre den woher steht euch der sinn wo verstecken sich die feinde wie lauter für meine klinge na komm lass mich durch wo verstecken sich die feinde hier von mir hat jemand den abrufen wen tötet ich zuerst ich bin bereit auf ein abgeschlossener befehl ihr braucht meine hilfe euer befehl wie kann ich dienlich sein arbeit abgeschlossen unverzüglich ich bin bereit mein Gott bereit zu arbeiten wo meine Hilfe das Ding unverzüglich wem soll ich töten zeits für ein bisschen Blutvergift ich bin zur Arbeit vor allem kraft Ja, will dem keiner helfen? Oh, geht der Arkmage schon mal down? Was? Wen töte ich zuerst? Richtig, bin ich. Das war mein Zwerber in Just, meine Mabel. Wie laut und euer Befehl, wer ist mein Name? Auf dein Ende. Das Bingo! Wo soll ich denn hin? Das Bingo! Jetzt geht's euer Kopf und kann ich den nicht sein. Wer ist mein nächstes Opfer? Wie lautet euer Befehl? Okidoo. Für Sie, Level 6. Euer Befehl. Wen töte ich zuerst? Wie lautet euer Befehl? Für meine Vorfahren. Wo soll ich denn hin? Ihr braucht meine Hilfe? Was soll ich tun? Klar, Mann. Wen soll ich töten? Ja, und das war doch mal eine echt überragende Runde. Shadow Hunter auch schon in Stufe 5. Ich bin bereit. Was? Wie kann ich dienlich sein? Es ist der gute Wahl, Mann. Wer ist denn hier noch? Ja, liebe Zuschauer. Kann noch ein bisschen dauern, bis das Spiel beendet ist. Gewonnen haben wir es auf jeden Fall. Blick auf die Forschung abgeschlossen. Okay. Ja? Ja? Ja. Ja. Natürlich noch das Master-Upgrade für die Shamies. Irgendwie einer der Gegner scheint auf jeden Fall zu viel Zeit zu haben. Ich bin bei dem Ganzen hier mal ein schnelles Ende bereit. Wie kann ich dienlich sein? Guck, will ich das an, was hier noch übrig ist von unserer Armee? Das ist schon heftig. Meine Augen sind offen. Ich bin bereit. Ein exzellenter Plan für meine Vorfahren. Ihr braucht meine Hilfe unverzüglich. Oh, da ist noch ein bisschen was. Jetzt haben wir auch den letzten besiegt. Der hat wohl noch keinen Bock rauszugehen. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen, auch wenn es relativ easy war. Und wenn ja, schaut doch im nächsten Game wieder rein. In diesem Sinne bis zum nächsten Game, euer Ramp.